Die Allee, Symbol, Wegbegleiter und Lebensraum Die vielen Alleen in der Umgebung von Schloss Grünau haben ihren Ursprung im Bestreben nach einer harmonischen Landschaftsgestaltung. Sie stellen ästhetische, die Landschaft prägende Lebensräume mit hohem ökologischem Wert dar. Die Anlage von Alleen erfüllte für die Wittelsbacher zweierlei Zweck. Zum einen wurde die Aufmerksamkeit auf die fürstlichen Residenzen, Höfe und Gestüte gelenkt. Zum anderen konnte durch die Anlage axialer, baumgesäumter Wege die Geometrie und Ästhetik der Schlossgärten in die freie Landschaft hinaus ausgedient werden. Die Alleen erwiesen sich aber auch als durchaus praktisch. Sie erleichterten die Orientierung und Einschätzung von Entfernungen. Ihr Wurzelwerk stabilisierte die unbefestigten Wege und nicht zuletzt schützten sie die Reisenden vor Sonne und Wind. Noch heute steigern die Alleen, insbesondere in ihrem jahreszeitlichen Wechsel, für Spaziergänger, Radwanderer und Sportler den Erlebnis- und Erholungswert. Dieses grüne Erbe der Wittelsbacher hat neben seinem kulturhistorischen Wert auch eine hohe ökologische Funktion. Alleen verbinden Gehölzbiotope und sind selbst wertvoller Lebensraum. Vor allem in alten Bäumen finden zahlreiche Vogelarten, Insekten und kleinere Säugetiere Nahrung Nist- und Rastplätze. Sehr viele Nützlinge starten von dort ihre Jagd auf Schädlinge in der landwirtschaftlichen Flur. In den Alleen wurden häufig solche Baumarten angepflanzt, die lange forstwirtschaftliche Tradition und Lebensdauer haben. So setzen sich die Baumreihen aus Sommer- und Winterlinden sowie Berg- und Spitzauern zusammen.